Hallo Freunde und willkommen zurück zum neuen Team of the Week. Ja, es ist schon die 34. Woche, die angebrochen ist. Und hier haben wir die ganzen Kollegen in der Übersicht. Was fällt uns auf? Jawohl, der Klose ist drin. War auch klar nach seinen 5 Buden, die er gemacht hat. Und Cavani ist dabei und Onkel Hulk. Und die haben natürlich alle Hammerwerte. Ich meine, der Klose zeichnet sich natürlich über den Kopfball am meisten aus. Aber 85 Schuss ist auch okay. Und mit 79 Geschwindigkeit kann man auch ganz ordentlich arbeiten, denke ich. Ja, der Hulk hat 91 Geschwindigkeit, 85 Dribbeln, 89 Schuss. Das ist natürlich ein Hammerwert für einen Stürmer. Und der wird bestimmt auch richtig teuer werden. Dann kommt hier der Cavani mit 87 Geschwindigkeit, 90 Schuss, 81 Dribbeln, 87 Kopfball. Natürlich auch super gut. Ja, der Klose ist natürlich ein bisschen älter. Darum kann er nicht mehr so schnell rennen wie der Cavani. Okay, dann haben wir hier noch. Eriksen von Ajax ist dabei. Ja, solider Mittelfeldspieler. Hat 84 Pass, 82 Geschwindigkeit, 87 Dribbeln, 77 Schuss. Das reicht hin. Könnte, denke ich, durchaus auch als Zom umgewandelt werden. Dann haben wir hier den Apono. Silberspieler. Ja, für den Silberspieler eigentlich ganz gute Werte im Mittelfeld. Er hat 76 Schuss, 80 Passen, 74 Dribbeln. Die Geschwindigkeit könnte ein bisschen besser sein. Aber wichtig ist natürlich der Passwert hier für den Mittelfeldspieler. Und von Marseille haben wir den Ray Buena dabei. Ja, der hat eigentlich alles, was man sich von einem offensiven Mittelfeldspieler wünscht. Er hat 86 Geschwindigkeit, 87 Dribbeln, 88 Pass. Das sind eigentlich die Schlüsselwerte hier für diesen Spieler. Und er hat noch 77 Schuss, was natürlich auch super gut ist. Dann haben wir hier den Dusczak. Der spielt bei Moskau. Hat 83 Geschwindigkeit, 82 Dribbeln, 85 Schuss, 83 Pass. Ja, der würde eigentlich mehr so in die Mitte passen als auf dem Außen, finde ich. Weil er ein bisschen zu langsam ist. Obwohl 83 natürlich auch schon ordentlich ist. Dann kommen wir zum Innenverteidigern. Da haben wir Costa. Der hat 67 Geschwindigkeit, 82 Verteidigung, 89 Kopfball. Dann kommen wir zu Chico. Der hat 61 Geschwindigkeit, 81 Verteidigung, 78 Kopfball. Und dann haben wir hier noch den Gillette, Silberspieler. 77 Schuss für einen Verteidiger, sehr ordentlich. 74 Pass, 80 Kopfball, 72 Dribbeln und 72 Geschwindigkeit. Und, na fast vergessen, der Baumann ist auch noch dabei. Torwart, 83 Hechten, 85 Reflexe. Das ist schon ganz ordentlich. Ich weiß nicht, ob ich so viel Kohle für einen Inform ausgeben würde mit diesen Werten. Aber, ja, ich denke mal, der wird mehr oder weniger um die 10.000 rumdümpeln. Aber wer weiß, vielleicht geht er ja für mehr weg. Dann kommen wir zur Auswechselbank. Da ist McKay. Der hat 72 Geschwindigkeit, 64 Schuss, 87 Passen. Ein durchschnittlicher Spieler eigentlich eher von den Werten. Dann kommen wir zu Upsen. Bronze hat 64 Geschwindigkeit. War eigentlich auch so Standardwerte. Nichts Außergewöhnliches. 65 Pass. Young haben wir noch. 72 Geschwindigkeit, 68 Verteidigung. Verteidigung, 62 Schuss für den Verteidiger auch nicht schlecht. Aber nur 65 Kopfball. Cruise haben wir hier noch. 85 Geschwindigkeit für den Flügelspieler. Im Bronze ganz gut. Dann hat er 66 Schuss und 60 Passen. Und 67 Dribbeln. Kommen wir zu Kirsten. Torwart von Dresden. Der hat 74 Hechten, 72 Reflexe für den Bronze. Torwart sind die Werte ganz gut. Und dann haben wir hier noch Bergesio. Stürmer. 74 Geschwindigkeit, 78 Dribbeln, 78 Schuss. Für den Silberspieler auch gute Werte. Und haben wir noch den Pavone. Der hat 67 Geschwindigkeit, 70 Dribbeln, 80 Schuss. 80 Schuss ist aber schon ordentlich. Und 79 Kopfball. Wenn er hier noch ein bisschen schneller wäre vielleicht, dann wäre er optimal. So, jetzt kommen wir zum Vergleich. Vorher, nachher. Cavani. Ja, 22 Punkte dazugewonnen. 7 davon beim Schuss. Dann kommen wir zum Klose. Hat ja auch schon seinen zweiten in Form. 27 Punkte dazu. Davon 10 im Schuss. 5 Pass, 5 Dribbeln. Ja, das ist schon kein schlechter. Leider haben sie ihn nicht ein bisschen schneller gemacht. Ich denke, in der Geschwindigkeit könnte er es auch mal gebrauchen. Aber er ist halt nicht der Schnellste. Dann kommen wir zu Hulk. Der hat 12 Punkte dazu. 4 davon im Schuss. 3 beim Dribbeln. Dann kommen wir zu Valbuena. Der hat 30 Punkte dazu bekommen. Davon 10 beim Passen. 4 beim Schuss. Und dann kommen wir hier zum Tujak. Der hat 14 Punkte dazu gewonnen. Davon 4 beim Schuss. 4 beim Passen. Kommen wir zum Eriksen. Der hat 23 Punkte dazu bekommen. Davon 7 beim Schuss. 7 beim Passen. Dann hast du schon ein gewaltiger Sprung. Dann kommen wir zum Costa. Der hat 33 Punkte. Ich denke mal, damit wird er auch den Topwert haben hier aus der Woche. 10 beim Schuss. 5 beim Passen. 6 in der Verteidigung. 5 im Kopfball. Weil der Baumann. Ja 3 beim Hechten dazu bekommen. Und 4 bei den Reflexen. Und beim Handling hat er noch 3 Punkte dazu bekommen. Und Position hat er auch noch 5 Punkte bekommen. Chico 18 Punkte dazu bekommen. Davon 6 beim Schuss. 4 beim Kopfball. 3 bei der Verteidigung. Gillette 16 Punkte dazu bekommen. Davon 5 beim Schuss. 4 beim Kopfball. Apono hat 17 Punkte dazu bekommen. 7 beim Schuss. Dann kommt Bergesio. Der hat 15 Punkte dazu bekommen. Auch 7 beim Schuss. Pavone 17 Punkte dazu bekommen. Davon 8 auch auf Schuss. McKay hat das Upgrade gekriegt zum Silberspieler. 22 Punkte dazu bekommen. Davon 6 beim Schuss. 5 beim Passen. Und 7 beim Kopfball. Apsen 24 Punkte dazu bekommen. Davon 8 beim Schuss. 5 beim Pass. 6 beim Kopfball. Young 28 Punkte dazu bekommen. 10 davon beim Schuss. 4 beim Passen. 5 beim Dribbeln. 4 in der Verteidigung. Und 4 beim Kopfball. Kommen wir zu Cruz. Der hat 22 Punkte dazu bekommen. 10 davon beim Schuss. 4 beim Dribbeln. 3 beim Passen. 3 beim Kopfball. Und der Kirsten. Das hat er. 5 beim Hechten. 5 beim Reflexe. Dann beim Handling hat er 5 dazu bekommen. Und Kopfball hat er 6 Punkte dazu bekommen. Ja Freunde. Jetzt scroll ich nochmal schnell hoch. Könnt ihr euch nochmal angucken. Ab 19 Uhr könnt ihr die Jungs ziehen. Und ich denke ja, das Team of the Season wird auch um 19 Uhr kommen. Mal gucken, ob das auch schon vorher vorgestellt wird. Und wenn es kommt, mache ich natürlich noch ein Video dazu. Und sage erstmal Tschüss und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.